Reinheit und Präzision, zwei unverzichtbare Anforderungen in Halbleiter-Technologien. Kleinste Verunreinigungen machen tausende von Computerchips unbrauchbar und können millionenschwere Produktionsausfälle verursachen. Doch genau hier kommen unsere hochpräzisen Sonderlösungen ins Spiel. Hallo, ich bin Giovanni Rossi. Für einen technischen Händler und OEM, der sich auf die Halbleiterbranche spezialisiert hat, fertigen wir hochreine Kunststoff-Sonderschläuche. Unsere Schläuche spielen eine zentrale Rolle in Maschinen, die Wafer, die Grundbasis für Computerchips, belichten. Hier zählt die absolute Reinheit, denn selbst kleinste Verunreinigungen können letztendlich tausende von Chips unbrauchbar machen. Dabei geht es nicht nur um die Reinheit des Mediums, das durch den Schlauch fließt, sondern auch um die Umgebungsluft. Staub oder Kunststoffpartikel im Produktionsprozess verursachen massive Probleme. In dieser Semikon-Anwendung werden Mehrfachschläuche mit partiell-axialer Verschweißung unter anderem verwendet, um Luft, Kalt- oder Warmwasser sowie Vakuum zu transportieren. Hier kommen nur sorgfältig geprüfte und zugelassene Kunststoffe zum Einsatz, die von allen Beteiligten der Wertschöpfungskette definiert werden. In den höchstensiven FAPs muss jede Komponente millimetergenau arbeiten. Die Präzision ist entscheidend. In der modernen Halbleiterfertigung liegen die Strukturgrößen, also die Abstände zwischen den Transistoren, auf einen Chip aktuell nur bei 2 bis 4 Nanometer. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist etwa 50.000 Nanometer dick. Wenn unsere Standardlösungen nicht ausreichen, kommen unsere maßgeschneiderten Hightech-Schlauchsysteme ins Spiel. Kontaktieren Sie uns für Sonderlösungen. Wir sind Ihr Technologiepartner für das Undenkbare. Vielen Dank! Viel Spaß!